Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist passiert, die Tomaten habt ihr schon mal in euren Beutel geguckt, nicht in euer Beutel, aber in euer Menü. Die Pokestop-Einreichungen für Level 40 Spieler sind hier in Deutschland, sag ich mal dazu, so. Leute, die noch nicht Level 40 sind, bei denen ist es natürlich noch grau hinterlegt und dann steht da, ab Level 40 wird es freigeschalten. Und Leute, die schon Level 40 sind, habt jetzt also die Möglichkeit, sieben Stops einzureichen, sieben, und dann alle 14 Tage wieder sieben Stops, sieben Vorschläge. Also geht raus, erkundet eure Umgebung, seid kreativ, macht was Sinnvolles und lasst uns wachsen, sag ich einfach mal. Vielleicht gibt es neue Arenen, neue Pokestops, auf jeden Fall jetzt rausgehen und die Umgebung genau begutachten, was kann alles aus werden. Nehmt irgendwelche Sehenswürdigkeiten, irgendwelche Brunnen, alles wird genommen, Stolpersteine, hin und her, sonst was. Fotografiert keine Person oder auch doch, macht einfach alles und hin und her, aber nein, geht da ernsthaft an die Sache ran und ich freue mich. Ich bin gehypt, ihr hoffentlich auch. Bäm, Level 40 Pokestop-Einreichungen in Deutschland. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem Peace out, vorhaut, euer Ramses.